IGOS steht für Institut für Galvane und Oberflächentechnik Solingen. Das IGOS ist ein akkreditiertes, anerkanntes Prüfinstitut. Die Akkreditierung steht für unsere Unabhängigkeit und die Vertraulichkeit sowie die Kompetenz des Personals und der Prüfeinrichtungen, die wir einsetzen. Unsere Hauptaufgaben umfassen die Metallographie, Werkstoff- und Korrosionsprüfungen. Ergänzend bieten wir Schadensanalysen, Beratungen, Seminare und Gutachten an. Mit einem umfassenden Dienstleistungsspektrum sind wir Ihr Partner im Bereich Galvane und Oberflächentechnik. Korrosionsprüfungen sind notwendig, um den natürlichen Verschleiß zu simulieren. Als Beispiel dient hier die neutrale Salzspielnebelprüfung. Linkes Muster zeigt Zinkkorrosion, rechtes Muster zeigt Rotrost bzw. Grundwerkstoffkorrosion. Der Gitterschnitt und der Ritz dienen zur Überprüfung der Haftfestigkeit lackierter Oberflächen. Kompetenz in Metallographie, Mikroskopie, mechanisch-technologischen Prüfungen und Schadensanalyse. Nur eine einwandfreie Probenvorbereitung bietet eine solide Basis für Untersuchungen. Die Bearbeitung der Schliffproben erfolgt in verschiedenen Schritten und mit größter Sorgfalt, um eine optimale Qualität zu gewährleisten. Es werden Fehler sichtbar gemacht, sowie Schichtdicken, Phasenmengen und Auszählungen vorgenommen. Für die Bewertung eines Werkstoff- oder Beschichtungszustandes ist die Härte ausschlaggebend. Schichtdickenmessungen bei Kupfer und Chrom sowie die Bestimmung von Potenzialunterschieden bei Nickelschichten erfolgen über eine galvanische Auflösung. Wichtiges Instrument für die detailreiche Betrachtung von verschiedenen Fehlern und die Bestimmung von chemischen Elementen ist das Raster-Elektronen-Mikroskop geeignet. Auch große und schwere Muster können bei uns geprüft werden. Ebenso können wir komplexere Klimawechselprüfungen durchführen. Und zwar im Temperaturbereich von minus 40 Grad bis 180 Grad Celsius sowie unter anderem ein Dehn-Kästernicht-Test und die Kondenswasserprüfung. Zu verschiedenen Themenbereichen bieten wir Seminare in unseren klimatisierten Räumlichkeiten an. Auf Anfrage unterbreiten wir auch gerne ein Angebot für In-House-Seminare.